Hey Ua, was geht ab? Mein Name ist Nemo, wir sind hier bei Jamfm, Reaktor, Parodie. Wir fangen mal mit dem ersten Video. Nemo, lass fortzum reden, Parodie von Daniel Paris. Lass mal hören, Daniel. Lass Lera reden, lass Lera reden. Das ist auf jeden Fall cool. Lass Lera reden. Du bist Faustin mit mir, 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 mir. Sie dreht zu dem Beat von einem Album, KFC, BK, Habib, ich hab Burger in Lumpen. Also man sieht auf jeden Fall, der hat Spaß dran, aber ich weiß nicht, was mit seinen Stimmen nicht stimmt. Den, den mach ich doch. Genau, genau. Der ist die ganze. Ist du bei mir, heute? Ist du bei mir, mir, mir. Der ist so geil, Bruder, Wallah. Ich feier dich, Bruder, wenn du siehst, ich küss deine Augen. Deja vu. Ja, Mann. Das ist ja schon eine Weile her. Wir sind auch direkt danach in Kontakt gekommen. Mittlerweile kennt die fast jeder hier in Deutschland, weißt du? Die ist krass. Ich hab's euch gesagt. Unique! Kiki, 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 Kikobra! Nie wieder komme ich später als 8 Uhr nach Hause. Mach Parodien, gell? Aber warum rappst du mit Absicht so, nicht im Takt? Wenn ich mit meiner Stimme so ein bisschen spiele, dann spiele ich damit. Aber wenn du so das darstellst, Alter, warum soll ich's feiern? Verstehst du was ich meine? Der ist der allerbeste, Mann. Der Energy. Der Energy. Ja, Mann. Der ist krass. Das Video ist auch gut gemacht. Ich hab dich durch den ganzen Club gesehen. Und jetzt stehst du vor mir. Ich weiß, dass du mich als Freund willst, Baby. Ich bin gut informiert. Ja, ja. Aber vergiss sofort, denn ich bin heute mit mir. Ich bin heute mit mir. Ja, okay, ich habe keine Freundin, aber dafür Tinder manieren. Der sagt ja Tinder manieren, gell? Ich wusste nicht, was Tinder ist, Bruder. Ich dachte, Tinder ist diese Milka-Schokolade. Und ich sag, denk so, ey, was labert der? Wieso hat der so Milka-Schokolade manieren, weißt du, Mann? Dann hat mir ein Freund gesagt, Tinder ist diese App, Mann. Wo du so hochswippst, weißt du, Mann? Cooler Typ. Mit Tinder manieren. Und ich sag dir, komm nie wieder. Ich hab keinen Bock auf einem One-Night-Stand. Ich hab keinen Bock auf einem One-Night-Stand. Ja, 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 ja. Der ist krass. Der ist gut, Mann. Für alle Parodien, die ich gehört habe, gut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit dieser Musik beschäftigt habt, befasst habt. Da sind wirklich krasse Sachen dabei. Ich frage mich oft, ob diese Leute, wieso die nicht selber ihre eigene Musik machen, weißt du? Weil viele von denen sind ja talentiert. Wie zum Beispiel dieser Danerji. Der ist ein talentierter Junge. Wenn er selber einen Text schreiben würde oder so, dann kommt dir sein eigener Stil heraus. Wenn du Parodie machst und noch denselben Flow nimmst, hast du dir eigentlich keine Arbeit gemacht, wenn dir der Flow schon vorgegeben wird, weißt du? Aber ich frage mich, wie sich sowas anhören wird, wenn die selber Lieder machen. Bestimmt fett. Danerji, nimm mal was auf. Schick mal rum. Jam FM, React to Parody. Das war nur Kiki. FM. FM.